Hallo, ich bin Bob, die Bahn. Ich fahre auf Schienen. Passagiere können in mir drinnen sitzen und zu fernen Orten reisen. Ich bringe auch Waren von einem Ort zum anderen. Los, lasst uns die anderen Transportarten anschauen. Schau, da ist ein Auto. Hallo Bob, ich mache ein Picknick. Bis bald Bob. Seht Kinder, das ist ein Polizeiauto. Was machen Sie, Herr Polizeiauto? In mir sitzen Polizisten, um Diebe zu fangen. Verbrechen zu bekämpfen ist eine mutige Arbeit. Wo fährst du denn so eilig hin, Feuerwehrauto? Dort sind Leute vom Feuer eingeschlossen. Wir wollen sie zusammen mit den Feuerwehrleuten retten. Sieh mal, dort kommt ein Rettungswagen. Ich fahre kranke und verletzte Menschen ins Krankenhaus. Was machst du, Müllauto? Ich sammle den Müll ein. Schaut, da sind Gabelstapler und Bagger. Hallo Jungs, wie geht es euch? Hallo Bob, ich helfe Gabelstapler, das Hindernis zu räumen. Hallo Bob, ich helfe beim Be- und Entladen. Gute Arbeit, Jungs. Schau mal, der Hubschrauber fliegt davon. Wiedersehen Bob. Hallo Abschleppwagen, was machst du so? Ich schleppe kaputte und behinderte Autos ab. Ich hoffe, es hat euch Kindern gefallen. Etwas über die verschiedenen Transportarten zu lernen.